Heute geht es ein weiteres Mal um eine Reihe von Bergen. Ich habe euch eine harte Liste versprochen und die heutige Episode zeigt euch Berge, die einem Bergsteiger alles abverlangen, was man an Fähigkeiten auf Lager hat. Willkommen zu Berge im Portrait. Einen faden Nachgeschmack, das könnte man nach den Seven Summits und deren Beschreibungen irgendwie haben. Doch gleichzeitig sind die Seven Summits eine extrem berühmte Liste und deshalb aus dem Alpinismus, ob man sie gut findet oder nicht, einfach nicht wegzudenken. Doch die Seven Summits als die höchsten Gipfel der sieben Kontinente haben eine logische Fortsetzung, die über lange Zeit kaum Beachtung erhalten hat. Ganz im Gegenteil, die logische Fortsetzung erschien so uninteressant und so unlogisch, dass man erst vor kurzem Erfolge feiern konnte. Diese logische Fortsetzung sind nämlich die Seven Second Summits, die zwei höchsten Berge der gleichen sieben Kontinente, die auch die Liste der Seven Summits befüllen. Warum die Eignung auf sieben Kontinente fiel, das könnt ihr übrigens hier oben in diesem Video rechts nachsehen. Da lernt ihr auch, was es mit Bays und Messner auf sich hat. Die Seven Second Summits sind aber noch schwerer eindeutig zuzuordnen als die Seven Summits, was vor allem wieder an der witzlosen Frage liegt, welche Inseln und Regionen denn letztlich zu einem Kontinent gehören und welche nicht. Es wird aber noch blöder, denn es gibt keinen gesicherten zweithöchsten Berg in Indonesien. Es gibt nur Vorschläge. Denn zum einen gibt es nur wenig verlässliches Datenmaterial, was die Höhenangaben dieser Berge betrifft, zum anderen sind die Messungen der Berge teilweise schon uralt und da teilweise vergletscherte Berge davon betroffen waren, die heute am Gipfel nicht mehr vergletschert sind, haben sich die Höhen hier ja auch deutlich verändert. Und wäre das alles noch nicht genug, kommt auch noch dazu, dass manche Berge in Indonesien nicht als eigenständige Berge gewertet werden. So, und in diesem Richtlinien-Gulasch mag nun jemand sagen, welcher der zweithöchste Berg in Ozeanien ist und wer damit recht hat. Richtig, das ist schwer zu sagen. Aber schauen wir uns mal kurz die Berge an, die etwas eindeutiger vorliegen. Da wäre zum Beispiel einmal der Batian in Afrika. Kaum jemand kennt diesen Namen. Schon eher kennt man ihn aber unter dem Namen Mount Kenya. Aber Vorsicht, der Mount Kenya ist wie der Kilimanjaro nur der ganze Gebirgsstock. Die einzelnen Gipfel haben eigene Namen und der zweithöchste in Afrika heißt eben Batian. So wie der Höchste eben nicht Kilimanjaro heißt, sondern eigentlich Kibo. Der Batian ist deutlich schwieriger als der Kibo. Mit 5199 Metern ist er rund 700 Meter niedriger, aber über den leichtesten Weg eine alpine, brüchige und bröselige 6 Minus auf der UIA-Kletterskala. Alpine Biwaks und mit Pech auch etwas Schnee und Eis stehen hier am Programm. Spannend ist auch die Antarktis. Die Schwierigkeitsunterschiede zwischen Mount Winston und dem zweithöchsten Berg, dem Mount Thierry, sind marginal. Was bleibt ist die Abgeschiedenheit, die Kälte, die extremen Winde und der lange mühsame Zustieg. Den Mount Thierry-Gipfel haben zahlenmäßig erst 1% der Bergsteiger gesehen, die den Mount Winston-Gipfel gesehen haben. Von Stau am Gipfel also keine Spur. Mit 4852 Metern ist auch gerade er einmal nur 40 Meter niedriger als der große Bruder. Auch in Asien ist die Sache ganz klar. Der K2 mit 8611 Metern Höhe ist eindeutig der zweithöchste Berg in Asien und der zweithöchste Berg der Welt. Nur wenige Bergsteiger haben bis heute seinen Gipfel gesehen, zumindest wenn man ihn mit dem Mount Everest vergleicht. Das liegt vor allem daran, dass die Abruzzenroute sehr viel steiler ist, sehr viel mehr Kenntnisse im Steileis und Mixtgelände benötigt, auch wenn hier natürlich Fixseile stark unterstützen. Die Camps sind exponierter, das Lawinenrisiko größer, die Gefahren deutlicher. In Europa ist eine eindeutige Zuordnung leicht und schwer zugleich. Zum einen ist der zweithöchste Berg im europäischen Kaukasus der Diktau. Ein schwerer, 5204 Meter hoher Berg der Einsamkeit, der Klettern im Mixtgelände bei schlechter Absicherung und ständigem Wetterwechsel erfordert. Die Infrastruktur ist im Vergleich zum Elbrus de facto nicht vorhanden. Die Logistik, der Anstieg, der Weg, all das ist grundsätzlich einem selbst überlassen. Extremer Steinschlag und Lawinen geben diesem Berg dann noch das i-Tüpfelchen. Immer wieder jedoch gibt es den Aufschrei, dass Russland ja gar nicht zu Europa gehört und damit der Kaukasus komplett aus der Wertung fallen würde. Damit wären Montblanc und Dufour-Spitze die höchsten Berge in Europa. Jedoch erkennen weder Bays noch Messner diesen Einwand an. Schauen wir uns Amerika an, dann haben wir in Nordamerika den Mount Logan. Mit 5959 Metern ist er nicht viel niedriger als der Denali, ist aber ein ganzes Stück von ihm entfernt in Kanada. Er ist ein Stück weit schwerer zu besteigen als der Denali, es nimmt sich aber im Übrigen nicht sehr viel. In Südamerika sieht die Sache ähnlich aus. Der Ojos del Salado ist mit 6893 Metern nur 69 Meter niedriger als der Aconcagua. Er ist aber insgesamt minimal schwerer, weil der Gipfelaufbau minimale Kraxelei beinhaltet, während der Aconcagua, eine Wanderpiste, wirklich bis ganz zum Gipfel ist. Viel größer hingegen ist der Unterschied in der Bekanntheit. Der Ojos del Salado ist kaum besucht und damit ist auch die Infrastruktur deutlich schlechter als beim bekannten und massiv überlaufenen Aconcagua. Womit noch Ozeanien, Australien, wie auch immer, bleibt. Base bleibt hier bei der Auslegung, dass Australien allein zählt und damit der Mount Townsend, der zweithöchste Berg Australiens wäre. Dieser ist genauso ein Wanderberg wie der Mount Kosciusko. Messner hingegen bleibt bei Ozeanien, hat jedoch nie bestimmt, welcher Berg genau jetzt der zweithöchste in der Liste sein sollte. Damit bleiben vier Berge zur Auswahl. Der Sumantri, der Ngapulo, der Puncak Mandala und der Puncak Tricora. Ich denke mal, es ist offensichtlich, dass keiner dieser vier Berge eine Weltberühmtheit ist. Der Puncak Tricora ist der niedrigste der vier Optionen und ist schon bei der Besteigung durch Hans Kammerlander 2011 nicht mehr ins Raster gefallen. Mit 4730 Metern Höhe ist der ganze 140 Meter niedriger als der Sumantri. Der Sumantri, der höchste der Kandidaten, gilt heute als offiziell zweithöchster Berg. Aber ob das so wirklich offiziell ist, ist fragwürdig, weil das eben auch nur ein Bergsteiger behauptet hat. Der Ngapulo mit nur 8 Metern Differenz könnte ebenso den Platz einnehmen, da die Messungsungenauigkeiten weit über diese Differenz hinausgehen können. Was also letztlich der zweithöchste Berg Ozeaniens ist? Um Hans Kammerlander zu zitieren, dann war ich da also auch auf dem falschen Gipfel. Aber mit so lächerlichen Sachen spiele ich nicht rum. Deswegen fahre ich da nicht nochmal hin. Oder man versteift sich eben auf den Sumantri. Das darf letztlich ja jeder für sich selber entscheiden. Womit wir zum ersten Besteiger der 7 Second Summits kommen. Es gibt bis heute fast niemanden, der diese Leistung belegen konnte. Mit Belegen hat es einer ganz besonders schwer. Der Bergsteiger Christian Stangl. Er fand die 7 Second Summits recht spannend, hat aber am K2 bewiesen, dass ein Mensch manchmal von der Gier nach Erfolg ziemlich vereinnahmt werden kann. Am K2 hat er 2010 nämlich ein faszinierendes Gipfelfoto veröffentlicht und sich öffentlich über die Besteigung des K2s gefreut. Mit dem bitteren Beigeschmack, dass bereits wenige Tage danach aufgefallen ist, dass das Bild unmöglich am Gipfel gemacht werden konnte. Stangl redete sich mit der Perspektive aus, da er ja alleine war. Aber auch das Wetter passte nicht zum angeblichen Datum, wie andere Bergsteiger aus derselben Zeit berichteten. Zuletzt meinte er, dass er das Bild 1000 Meter unter dem Gipfel aufgenommen hat. Später kam jedoch heraus, er hat das Basislager vermutlich nie verlasten und das Foto stammt vermutlich von einem früheren Versuch am K2. Trotzdem hat er den K2 zwei Jahre später tatsächlich erfolgreich bestiegen. Im Jänner 2013 konnte er auch die 7 Second Summits belegen und beenden. Da Kamerlanders Puncak-Trikora-Besteigung aber aberkannt wurde, war Christian Stangl damit auch der erste Mensch der Welt, dem das offiziell gelang. Kamerlander beendete seine Version der Liste 2012. Bis heute wartet die Welt auf neue, erfolgreiche 7 Second Summit Besteiger. Die Kosten für die Besteigungen sind deutlich geringer, die Logistik deutlich aufwendiger, die Schwierigkeiten deutlich höher und das fast auf jedem einzelnen Kontinent. Die 7 Second Summits suchen einen Organisator, Logistiker, Bergsteiger, Kletterer, Alpinisten, der in all diesen Disziplinen ein Alleskönner ist. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann denkt an ein Abo am Kanal und einen Daumen hoch und denkt daran, dass jeder 7 Second Kaffee vielleicht an die Alpen Academy gehen könnte, um das Projekt weiter zu finanzieren. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil. Wir mate elikor große Böhn Emmer cá quer. Vielen Dank.